Ja, für mich ein bisschen, ich kann ein bisschen runterschrauben, man ist ja echt, das ist schon echt nervig, ey. Piep, piep! So, am besten gar nicht auf 8. So, sind wir beim Treffpunkt? Ja, so. Sieht fast so aus. I need your clothes, your boots. Achso, ich brauche deine Sachen und deine Schuhe. Das sind nicht so ein... Ich muss gleich schießen, gleich schießen, gleich schießen, gleich schießen, gleich schießen, gleich schießen, gleich schießen. Ja, genau. Scheiße. Deine Mutter hat ja gerade Hey Baby zu mir gesagt? Er hat doch nur einen Lull. Deine Mutter hat ja nicht immer so. Was ist denn der gerade langgefahren, Lull? Der meint das, der Ernst ja auch hier, oder? War schon oder was? Lull. Das war ein bisschen zu einfach jetzt, im Ernst. Im Ernst, jetzt war mir zu einfach. Lull. Was war das denn? Du, ich hab's doch gerade 11.000 oder so was, oder 9.700, duftst du? Ich weiß ich gar nicht, hab's jetzt nicht mehr so gemacht. Okay. Sleeping mit den Fischies. Das ist jetzt ein Gayfisch. Also den haben wir jetzt erstmal quasi die Stufe 2 abgeschlossen. Und das war's dann, also erstmal. Alles klar. Okay, wo fahren wir als nächstes hin? Was am nächsten dran ist, würde ich sagen, ne? Oh, na, das ist ja noch super hier. Nehmen wir das gleiche das U hier. Da waren wir sowieso, glaube ich, gar nicht. Wenn mich nicht alles täuscht. Na, 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 na. St. Paulinho, fangen wir mal zum U. Ach, das sieht ja schön aus wie bei den Bullen hier oder so was. Oh mein Gott. Oder? Weiß nicht. ich weiß nicht Lohol und an den Bussenspiel Motorrad weg hier darf sie wie sie das auch erlöse erlöse und schöne Knappel erledigt sich die Fortsetzung andere waren doch klar die Bullen auf jeden Fall Kamelliger 3 hat scheißen soll so viel vor den Eintracht im Zürich und Ja. Meine Frau kann mit jemandem sie wollen. Interessant. Ich bin nicht verabschiedet. Ich habe noch nie verabschiedet. Keine Details. Ich brauche, dass du jemanden für mich findest. Ich bekomme eine Bildung kurz. Das ist wichtig. So warum benutzt du mich? Wir benutzen immer Leute wie du. Kara, Michelle, sie war die gleiche. Someone mit etwas zu verlieren, aber nicht viel zu leben. Was ist für mich? Zwei Dinge. Einer, du bekommst nicht 100 Mörder auf dich. Einerseits, vielleicht werde ich dir helfen. Vielleicht nicht. Jetzt bekomme ich auf den Poliskomputer und warte auf meine Message. Geh! Auto. Ah ne, oder Taxi. 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 Ja, bleibt einfach stehen. Fünf Mitteilungen. Oh, die lesen wir später. Oh, wir brüchten mich trotzdem... Wir brüchten ja nach... Äh, ich möchte gerne... Hä? Was sollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ich bin irgendwie total bescheuert. Achso, wir haben gerade eine Message gekriegt. Bestimmt... Ich verstehe. Moment. Kann ich jetzt ja nicht auch mehr... Boah, das ist ja scheiße. Die ist ja schlecht. Ja, muss mal aussteigen. Soll es. Muss mal gucken in die Mitteilung wahrscheinlich. Ah, das ist die Zielperson. Besorg dir einen Polizeiwagen. Hm. Super. Hm, wie machen wir das jetzt am besten eigentlich? Steht da direkt vor uns einer so, aber das ist jetzt auch ein bisschen hart, dann die Bullen einfach abzuknallen und so, dann haben wir wieder tausend Bullen am Arsch. Oh, man, diese scheiß Polizeimissionen, die sind immer so ekelhaft. Fuck, ey. Dann brauchen wir jetzt mal auf jeden Fall ein Auto, dann suchen wir uns. Vielleicht haben wir Glück und finden wir da irgendwo eins. Und wir uns zufällig rumstehen, das hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal. Was war dort denn jetzt, ne? So, halt. Ne, ich bin wieder da. Sorry. Mir ist gerade was runtergefallen. Äh. So, besorgt den Polizeiwagen. Ja, da waren wir ja noch. Super. Ey, scheiße, ey. Am besten anfahren und dann mit dem Auto abhauen, würde ich sagen, wa? Das wäre eine Idee. Das wäre echt eine Idee, auf jeden Fall. Aber gut, okay, dann. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, ey. Ne, das ist auch nicht so die beste Idee, glaube ich. Oh, wieso steht denn hier keiner rum so? Letztes Mal stand doch auch gleich einer da. Verdammte Axt. Ich versuche es jetzt einfach. Ey, ich setze noch gar tausend Bullen am Arsch wegen dem Scheiß. Fuck, man. Boom, so. Ich steig mal aus. Boom, steigt der nicht aus. Oh, jetzt steigt er aus. Er schießt aber gleich auf mich, oder was? Komm, 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 komm. Renn mir hinterher. Ja, super, alles klar. Nicht schießen. Ich bin nicht bewaffnet. Sprich, steig ein und hau ab. Yeah, mit einem Stern. Juhu. Hammer, geil. So. Schneller diesen blöden Stern loswerden und dann gucken wir mal kurz in die Karte. Wahrscheinlich kann man da auch nach einem Foto suchen und so. Wiss ich jetzt nicht so genau. Oh, da vor uns kommt was. Stehen bleiben. Verschaffen wir das? Ja, das sieht gut aus. Das haben wir. So, diese blöde Sirene. Wieso kann man Licht anmachen? Was ist das denn? Was ist das denn? Loll. Okay. Bling, 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 bling. So, wir sind hier los. Aber kann mir jetzt mal einer sagen, wie diese blöde Sirene aussieht? Ich gucke da jetzt echt in den Controller, in die Steuerung. So, Steuerung, Mausoptionen hier, da. Hä? Also. So, Radarzoom hier, springen, hocken, Angriff. Nächste, vielleicht mit E, Moment. Moment, ich muss mal mit E probieren. Sehe ich die Funktionstaste? Ne, scheiße. Okay. Ey, ich will diese blöde Sirene ausmachen. Die geht mir voll auf die Nüsse. Ey, im Ernst. Das ist doch total stressig. Zu Fuß hier, Moment, im Fahrzeug. Bremsen, Handbremse, schießen. Nächste Waffe, vorrige Waffe. Waffe ablegen. No GTA Race. Hupe, Scheinwerfer. Ha. Ja, stimmt. Ich habe da hinten eine Kinokamera. Kinokamera vor der Radio ausschalten. Ach, warte mal. Das ist doch das Radio, oder? Kann das nicht sein? Ne, Radio sind auch nicht. Ey. Wollt ihr mich rollen, Alter? Macht mich gerade echt fertig. Im Fahrzeug, Bremsen, Beschleunigung, Schießen, Handbremse, vorrige Waffe, Weißhupe. Scheinwerfer. Vorriger Song, nächster Song. Was ist die blöde Hupe? Oh, es ist die Hupe. Ach so. Hammergeil. So. Das wissen wir jetzt auch endlich, nach dem... Ich habe keine Ahnung, am 50. Part. Ich gucke, wir müssen mal diesen Blöden... Ah, gut. Das sieht man aber ein bisschen mehr. Wie komischer Scheinwerfer da an. So, bevor wir hier die Bullen umfahren, lieber hier. Ich lehne mich mal dagegen, da kann nichts passieren. War ich nicht. Upsala. Ach so, wir müssen jetzt die I drücken und dann müssen wir jetzt benutzen, um das Ziel auswendig zu machen. Polizeiakten durchsuchen. Wie die Datenbank, nach einem Foto, nach dem Handy durchsuchen, muss die Polizei durchsuchen. Habe ich schon fast gedacht. Suche nach Fotos. Verbindung zu drahtlosen Geräten. Hammer. Was für eine Technik. I can probably explain that. Ah, dann die mal... Blablablablabla. Finanzierung der russische Aktivität. Okay. Die größten Schwerverbrecher in Amerika meistens. Äh, dann... Na dann. Einfach nur umbringen und fertig, oder was? So, und dann können wir uns auf jeden Fall umziehen. Ich will diese Scarface-Kleidung anziehen. Die habe ich voll Bock. Bibi, 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 in your face. So, ähm... Brauchen wir eigentlich mal? Nö, brauchen gar nicht. So, ich habe gerade ein Waffenladen, dachte ich, aber nix. Einfach nur ein bisschen leben. Ein bisschen, ein bisschen live. Aber... Ein bisschen real life. Nein, nein. Ne, äh... Ein bisschen leben hier, weil hier schon... Hier vierteln fast nur noch und so. Das könnte knacki werden. Aber hoffen wir mal besser. Wie weit ist der nicht jetzt eigentlich schon wieder? Der lebt wahrscheinlich schon wieder in Russland oder so. Oder wir müssen jetzt direkt nach Albanien fahren. Könnte auch passieren. Boah, da kommen wir nicht durch. Aber wir haben es versucht. Ja, eben ja, aus dem Weg. Genau. Ach, guck mal, der Bulle hätten auch schon einen Check abgekriegt heute. Uuuuh, nicht einfach bremsen. Nein, du fressest mich. Was sind denn hier noch nicht vorhanden? So, sind wir da? Oder warte? Sind wir da? Oder warte? Oder warte? Oder warte? Warte, 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 warte. Sind wir da? Ne. Ey. Oder sowas hier. Fahr doch mal ordentlich. Alter, was macht denn das Auto schon wieder viel Räuche hier? Immer irgendwo hingefahren, ey. Da, 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 da. Na gut, einmal, einmal richtig, meine ich. Alter, das Ding macht Geräusche. Beim Aufsetzen. Ist der nicht heute... Oh, hu. Ist der nicht heute eigentlich so heftig hell? Kommt mir das nur so vor, oder ist denn hell? Ja, es ist hell, Mami. Ähm. Sind sie denn, Alter? Wie weit ist denn das schon wieder? Hier, immer diese... Pang, ich... Pang. Ist ja viel langeweile, wenn ich so lange fahren muss. Haha. Was ist denn mal? Geht Auto kaputt. Wo, wo, äh... Wua, wie viele rote Punkte sind denn das? 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 Wua, wie viele Leute sind da? Wua, ich muss ja alle kalt. Ist mir nicht klar. Moment, warte mal, wir haben ja. Wir haben ja, wir haben ja. Kommt man nicht vielleicht irgendwo hoch? Ich steige jetzt mal aus aus diesem hässlichen Auto. Oh, sind jetzt nicht mehr Jut hier. Halt okay, Arte oder schließt der einfach nur? Hallo? So, wir gucken, ob wir die vielleicht hier alle so, so aus der Hocke, hu, aus der Hocke mit unserem Snipergewehr. Huha. Neon, zoom, zoom, zoom. Headshot. Den ersten haben wir schon mal. Habt ihr gerade schon eh nie gesehen, oder? Da, 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 Kopf. Wo ist noch einer? Was, schreibt es mir in die Kommentare. Da. Da oben. Höh. What the fuck? 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 Höhöh, lol. Okay, der da oben, den treffe ich bestimmt. Äh. Hallo? Ja, der geht irgendwie nicht, keine Ahnung. Da ist noch einer. Komm mal raus. Komm raus. Komm raus. Juh. Juh. Da ist auch noch einer. Komm raus. Na, komm raus. Alter, wenn ich die ganzen Punkte da sehe, dann ist das halt nicht noch... Oh, da ist auch noch einer. Vor allem, wie die ja mich alle von da aus nicht treffen. Das ist voll geil. Kann man das hier schon Cheaten nennen? Wenn die einem die Möglichkeit geben, das kann ich nicht nerfeln. Ih, was für eine Position... Ih, was macht sie denn da? Die pest die da in die Flasche? Uuuh. Stopp. Stopp. Ekelhaftet Vieh. So, du gehst mir da ein bisschen auf dem Zunder. So, den sehe ich jetzt noch vier Punkte. Das geht ja schon mal. Ich möchte ein paar Aussicht halten, würde ich sagen. Können uns ja mal versuchen, hier hinzustellen. Dann kriegen wir bestimmt die Acid Puff wieder, aber bestimmt auch ohne Probleme. Sag doch. Jetzt sind wir noch drei Punkte. Kriegen wir die? Von hier irgendwo? Sehen wir die überhaupt? Ne. Sie sehen sie keinen mehr. Nob. Nehmen wir uns mal unsere hübsche AK, machen wir die Kackposition weg hier und dann...